Hallo und herzlich willkommen zurück aus dem wunderschönen Hope County. Letztes Mal haben wir einen kleinen Hubschrauber gehabt und haben uns diesen coolen LKW geklaut und haben den Satellitenstützpunkt eingenommen. Den sieht man da oben. Und heute möchte ich unbedingt genug Ethanol haben, damit wir die Waffen auf Rang 3 aufwerten können. Ich glaube das hilft immens, wenn wir die schallgedämpften Waffen haben, auch die Charge-Schütze-Gewehre oder MPs oder wie auch immer. Ich würde sagen, ich versuche es jetzt so, die alte Spiele auf Rang 3 zu machen. Ich bin gespannt. Die war auf Rang 2 schon nicht ganz einfach. Aber ich versuche es. Wenn nicht, dann nicht. Versuchen wir es noch. Ich liebe meine Familie, aber manchmal brauche ich einfach Abstand von ihnen. Die Highwaymen haben die Schmiede zurück. Die geben einfach nicht auf. Diesmal haben sie ihre besten Kämpfer hingeschickt. Okay, diesmal haben sie ihre besten Kämpfer hingeschickt. Ich muss mal hier kurz schauen. Oh ja, ich sehe schon. Die Kanzelten bringt gar nichts bei denen. Oh ja. Ich glaube, das geht nicht gut. Leute, ich glaube, das geht nicht gut. Ich glaube, meine Waffen sind nicht stark genug. Die Verstärkung müsste jeden Moment da sein. Das ging sehr schnell. Ich war gerade ein bisschen perplex mit der ganzen Situation. Hui. Hui, 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 hui. Kann ich die Vision auch wieder abbrechen oder ist es jetzt verkackt? Ich glaube, wir haben es verkackt. Wir müssen aufeinander aufpassen. Jetzt mehr denn je. Ich versuche, uns hier mal langsam ranzuschleichen. Ich gehe da drüben hin. Ja, verstehe ich. Ich wechsle die Stellung. Noch zwei Alarme. Ich bin gerade echt ein bisschen angespannt, Leute. Ich brauche ein Takedown-Skill. Um diese gepanzerten Leute zu takedown. Oh ja, ich sehe es gerade. Oh je. Ein herrlicher Tag, um jemanden zum Bein zu bringen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da sind noch 3 Leute mindestens. Waut los 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 justと思 rebels. Woa 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 jetzt ist nicht gut das ist gar nicht gut. Ich weiß, Camina. Ich weiß, Camina. Ich bin für dich da, Kieferin. Ich weiß, Camina. 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 gedämmt. What the heck? Und hier kommt dann aus dem G36 so ein bisschen. Da kommen hier die ganz fetten Dinger. Boah. Ja, Leute. Aber nichtsdestotrotz müssen wir erst mal Ich wollte ja dieses haben. Gegen dieses hier. Ich möchte auch ganz gern die MP haben. Gegen diese hier. So. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich würde ganz gern vielleicht noch die Magnum noch mitnehmen. Wollen wir die Magnum noch mitnehmen? Nein, wir lassen es jetzt. Okay, Munition. Habe ich alles? Habe ich noch Beute? Ja, ich habe Beute. Dann kann ich wieder ein bisschen was in die Kasse. Wir haben bald keine Elektronikteile mehr. Das heißt, wir müssen bald wahrscheinlich auf Bärenjagd, war das glaube ich, oder? Elektronikteile waren diese legendären Viecher. Kann das sein? Platinen, ja. Ja, hier. Puma, notierter Puma und der Bison. Ich glaube, da ist der Bison noch einfacher, weil Puma habe ich so schon Probleme mit. Ja, das finde ich geil. Ja, das fetzt das Ding. Also, es ist schon Das ist schon nett, das Ding. Das war mal mein Sprechkeitspunkt. Wird mal auch die Sperren dann takedownen können. Und die Mühmchen habe ich die gleich erwischt. Wahrscheinlich habe ich die Bombe da drin erwischt. Wir machen jetzt weiter. Leute, wir machen jetzt weiter. Stufe 2 von dieser Mission hier von den Außenposten. Wir haben ja jetzt ganz gute Waffen, denke ich. 50 Eternoel Extra. Die Highwaymen haben die Werkstatt zurückerobert. Vorsicht! Die haben ein Alarmsystem eingerichtet, das Verstärkung anfordert. Oh, ich habe 25 Schuss. In solchen Zeichen muss man das finden, was deinen guten Tag einen Grund. Ja, die sind eigentlich relativ einfach. Das ist ein Mörser. Scheiße. Jetzt haben sie mich gesehen. Wo ist denn hier noch ein Mörser, bitte? Okay. Okay, okay, okay. Ich komme runter. Nein, das ist kein Mörser. Das ist ein Mörser. Ich komme runter. oh 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 he's break mach die Straße frei, Verstärkung ist auf dem Weg oh den hab ich ja eigentlich voll in den Arsch geschlossen oh den hab ich aber auch genommen da sieht ja einer oben am hier ja sieht gut aus heute ja das ging das ging durchaus 2 200 Ethanol, Hiramann, ok wir haben an diesem Ort echt fies gefütet so mauer ist ja Munition nachfüllen das muss ja sein ich brauche auf jeden Fall jetzt wieder einen Helfer oh die sind alle tot nehmen wir es bei ihr ich bin auf dem Weg und wir machen gleich fang rein oh 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 Munition habe ich ja aber nicht viel nicht viel die Highwaymen haben wieder die Werkstatt übernommen sieht aus als würden sie sie mit schwer bewaffneten Kämpfern verteidigen gehen mit voller Kraft rein um das Ethanol zu holen ich hab die ich hab die wir買 die 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 Oh, nein, 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 nein! Let's play! In the middle! Oh, quack! Ich hab ja... Scheiße, Leute. Ach man, das war genau ein Schädel, oder nicht? Das interessiert ihn ja nicht mal. Oh, 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 oh. Ich hab ja keine Schaufschutzposition mehr, weil ich einfach nicht treffe, ich Idiot. Ich komm dich hol! Genau da unten! Ich hab ja keine Schaufschutzschrift. Ich hab ja keine Schaufschutzschrift. Ich bin ein Schaufschutzschrift. Händler, hilf mir! Oh Leute, langsam wird es hier ein bisschen lustig. Ich komme sofort rüber. Wir stehen das durch gemeinsam. Jetzt bin ich tot. Schade, schade, schade Leute. Ich brauche Hilfe! 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 Oh, da hat er ihn mal nicht wieder geholt. Ich brauche Hilfe! Haben die mich hier mit einer Mine oder sowas? Ich brauche Hilfe! Ich brauche Hilfe! Nein, dann! Ich brauche Hilfe! Ich kann nicht den Wolf mehr tun. Alter sind das viele. das sind verfickt viele es 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 Oh, du schaffst du mal. Leute. Au! Oh, die Scooty-Waffe gegen die Triebfahrt. Oh, die Scooty-Waffe gegen die Triebfahrt. Ich hab alles im Griff! Ich greife an! Scheiße, was? Los, Attacke! Nein! Oh, da hat der Möhr so eingesteckt. Der Typ. Schade, 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 Leute. So, Leute. Letzter Versuch. They're low on that. Ja, the room isра, schade, 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 schade. So, I'm going to die jetzt mal in der Maschine. auch gerade Oh, diese scheißverkackten Mörser. 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 Oh, diese scheißverkackten Mörser.